Aus der Jagd! Oh! Oh! Ja, aber... Ich muss jetzt wieder alles! Ich komme nicht raus aus der Ecke! Nein! Nein! Oh! Ja, sehr gut hat er das gemacht. Definitiv hat er das gut gemacht. Was? Was hat dein Vater gemacht? Er war Chirurg. Ha, dann habt ihr Glück. Wir haben hier den Arzt erschossen und entfanden. Ah, können wir ihn ausschalten? Töch! 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 Sag mal, wie viel Panzer sind die denn noch reingefahren? Ob das ganze Ding hier zerstört? Verstanden, wir haben die Raketenspitze, aber keine Satelliten. Moment, ich sehe die anderen. Auf beiden Seiten der Kammer. Auf den Kran. Wir laden sie einen nach dem anderen auf. Gute Idee. Ich fahre. Jack wird das Teil bewegen, oder? Lass deinen Bot den Kran bewegen. Die neuerlisten Befehle von Major Tolley. An Leutnant Mellich und Captain Dagger. Die Tragweite und Bedeutung unserer Mission sind womöglich viel größer als gedacht. Ich habe Informationen über Unstimmigkeiten und Gewalt innerhalb der Truppen in der Region erhalten. Und das inmitten von Meldungen vom Waschenstillstand. Die Sicherheit des Prototyps des Hammers der Morgenröte muss um jeden Preis gewährleistet werden. Ich habe dafür gesorgt, dass es sich um eine handverlesene Brigade aus Verstärkungseinheiten vor Ort anschließt. Ich, ne, auch ich werde in Kürze eintreffen, um zu helfen. Bleiben Sie wachsam, rechnen Sie wie immer mit dem Schlimmsten und die Tage sind finster und der Himmel ist verflucht. Mahlzeit. Okay. Da ist auf alle Fälle einer. So. Bring den Kahn heran, John. So wie den letzten. Na los, hoch damit! Welche Plattform als erstes? Gib Bescheid. Immer diese Entscheidungen. Gut, gehen wir. Äh. Gibt's ein Problem, Kumpel? Nein, aber hab's gleich. Also unser Freund Perderk hat interessante Gedanken zum Hammer der Morgenröte. Was weiß der denn schon? Er wollte ihn selbst abfeuern. Okay, bringen wir das Ding auf die Raketenspitze. Ja. 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 Ja! Der Satellit bewegt sich! Bleib von der Schiene weg, Leute! Na toll, er steckt fest. Es braucht vielleicht nur einen Tritt. Okay, okay. Vielleicht eher... einen Schubser. Scheiße! Ich wusste es. Nein, stopp! Zwei Springer! Mach sie fertig! Ich bin Schub! 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 Wir haben hier unten keine Deckung. Krass, bring uns höher. Oh, Scheiße. Das ist das Gegenteil von hier. Ist mir schon klar. Verstanden? Okay. Halt uns einfach in Bewegung. Ich gebe mein Bestes. Auch noch eine Bastion. Wir müssen runter von dem Ding. Da ist eine höhere Plattform links. Oh, fuck. Okay, los geht's. Festhalten? Das könnte ungemütlich werden. Hey, was für ein Paddock recht hat, was die Satelliten angeht? Scheiße, Schwarm auf der anderen Plattform. Wir haben hier unten keine Deckung. Krass, bring uns höher. Krass. Krass. Oh, Scheiße. Das ist das Gegenteil von höher. Ist mir schon klar. Verstanden. Okay. Halt uns einfach in Bewegung. Ich gebe mein Bestes. Scheiße, Sion. Braucht noch eine Bastion. Wir müssen runter von dem Ding. Da ist eine höhere Plattform links. Durchhalten. Hintest noch hin, jetzt. Zielt auf die Bastion. Seid bloß unten. Fast, das war daneben. Ich weiß was. Das ist wie mit einem Boot parallel einparken. Was? Hey, du und der geht raus. Ich zieh vom Kran aus das Feuer auf mich. Fast, sie sind weg. Raus hier. Alter, musst du mir in den Weg springen? Okay, jetzt steh ich mir die Plattform. Geht klar. Oh, boy. Oh, boy. Granate! Effect! Super, dein Großes erledigt! Erwischt! Anders! Hey D! Waren das alle? Sieht so aus, ja! Fahr es dort den Kran so an, dass wir den Satelliten verbinden können. Mir tut so mal die Hand weh! Haha! Bringen wir es hinter uns! Nein, nicht den Scheiß! Oh, Liss! Schmeiß doch noch die Waffe weg! Nein, nein, nein! Scharen! Scharen! Sie greifen alle! Ausschalten! Ja! 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 Sie sah weniger! Das war's doch nicht! Alter Schwede. Lief ja wie geschmiert. Äh, kein Kometer. Wir brauchen noch einen Schalter, wie den anderen. Macht ihr jetzt mal langsam? Wir brauchen noch einen Schalter. Ich brauche erst mal Munition, die Eie. Weil ohne Muni hier kein... kein Ratatat. Hier oben war doch glaube ich was, ja. Da hinten. Nee, hab ich denn mitgenommen? Ach, hier ist nichts mehr. Scheiße. Ach, stimmt, auf der anderen Seite. Ah. Äh, nein. Na gut. Drück die Knalle. Warte mal, was war denn das hier? Ach so, Hammer Brust. Nee. Kopf runter. Hier kommt Ratellit Nummer 2. Klack, gleich fällt er runter. Alle drei drauf. Ab in den Hangar damit. Ich will ja keine Träume zerstören, aber wir sitzen hier fest, bis die große Runde Tür offen ist. Da oben ist eine Plattform. Leute, das Taxi fährt los. Kommt, das Öffnen der Tür hat eine automatische Sequenz initiiert. Dann passen wir eben zu Fußdorf auf. Na, gerade als ich den Dreh raushatte. Ach, du Scheiße. Na los, die Treppe hoch. Wir dürfen die Spitze nicht verlieren. Move, move, move. Da, bleiben wir dran. Wie ist das Scherz? Geht's gleich dran. Juhu. Hallo. Und noch eins. Tischt. 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 Das war's. Not for Blitz! Not for Blitz! Intake! Das war's! Na los! Zurück zu den Satelliten! Dann müssen wir mal so schnell hier um die Ecke. So. Hier führt ein Weg lang! Ach du Scheiße! Wir eskortieren gerade die Satelliten zurück zum Hangar. Gut, wir entschlüsseln immer noch die alten Dateien, aber es geht voran. Jetzt zu einem Skiff. Wir werden die Rakete bald finden. Alles klar. Wir sind unterwegs. Jack, wir brauchen Licht. Bin ich hier richtig? Ach du Scheiße, ich weiß es nicht. ... ... Wo sind wir? Na los, sobald wir wieder im Hangar sind, schlagen wir uns nach draußen durch. Oh, jetzt wird es interessant. Die Rede des Majors. Hier ist Major Garen Paddock. General Trescu ist gestorben. Der Mann hat jahrzehntelang Sieg und Ruhm für diese Republiken errungen. Man hat mir gesagt, sein letzter Wunsch kurz vor seinem Tod war, dass wir uns der Chor niemals beugen. Und hier sind wir nun. Dreschenko hat uns hierher geführt. Ein Feigling, ein Schwächling, ein Intellektueller, ein einflussreicher Mann. Er wollte uns glauben machen, dass unser einziger Weg nach vorne darin besteht, sich den Schakalen zu unterwerfen, die wir unser gesamtes Leben lang bekämpft haben. Er wollte uns Männern wie Major Tolly folgen lassen, dem Versager vom Ambos Tor. Ein Mann, der schon einmal von dem Chor hereingelegt und nun wieder getäuscht wurde. Der Sieg ist näher als jemals zuvor, doch das solltet ihr nicht erfahren. Sie sagen, die Sache sei erfolglos. Warum? Weil sie Angst haben? Angst vor der Chor-Schakalen? Doch wichtiger ist noch, sie haben Angst vor euch. Sie wissen, dass in unserer Brust eines jeden stolzen Kindes der Obliken ein starkes Herz und ein eisener Wille wohnt. Nichts davon wird gebrochen werden. Nicht heute, nicht morgen. Heute, meine Freunde, heute werden wir unseren Willen verkünden. Propaganda! Wow. Okay, ab zum Hangar. Okay, ab zum Hangar. Okay, ab zumaleychen. Ich mach doch Casa. Okay. Oh, okay. Oh, langt. Ich mach... Ich mach... Ich mach... Ich mach... Oh, das ist in die falsche Richtung. Geht's doch zum Hangar. Ja, ist doch ein TÜV zum Hangar. Wo sind die anderen zwei? Brauche Hilfe. Ja. Okay, die Satelliten sind soweit sicher. Wenn wir hier raus wollen, müssen wir auf die andere Seite. Der Kran ist keine Option. Okay, ab nach unten. Ach du Scheiße, auf geht's. Oh shit, bleib unter uns! Oh shit, bleib unter uns! Oh shit, bleib unter uns! Okay, das wäre geschafft. In Bewegung bleiben, Delta. Oh shit... Oh man. Oh. 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 Wir haben vorerst Ruhe. Glaube ich nicht. Egal ob wir den Hammer zum Laufen kriegen, es war's wert. Ja, aber wenn wir den Hammer nicht zum Laufen kriegen, ist alles umsonst. Glaub ich nicht. Wir nehmen einfach einen Weg zurück nach oben. Das ist zu viel, zu viel. Das ist zu viel, zu viel. Da drüben. Kontakt! Hey, was zum Geier ist das? Das ist ein Träger! Und er ist nicht allein! Zurück, zurück! Ausstärken! Lasst euch nicht einkreisen! Los, weiterschießen! Nein, nein, sind raus! Ah! Apsi! Apsi! Feind aufgeschaltet! Granatenguft! Und noch eins! Verdammter Scheiße! Zerplatzen alle Träger so? Ja, so ziemlich. Der Ausgang ist über uns. Also hoch da! Der Ausgang ist über uns. Öffne die Türen! Lift! Da lang! Alle Mann rein! Der Rakete zusammen zu passen ist schwieriger als gedacht. Muss ich. Wissenschaftler. Raketenwissenschaftler. Und jeder der je gedacht hat, so schwer kann das ja nicht sein. Dachtest du, wir drücken einfach einen Knopf auf dem Start steht? Oh, verstehe. Ja. Immer auf dem gutaussehenden Roman. So. Da sind wir wieder. Und ach ja. Ich bin der Hübsche, okay? Paddock, wir sind fast draußen. Was macht die Rakete? Ja. Es ist eine Drehscheibe im Osten. Hinter dem dünnen Meer. Eine Eisenbahnbrücke blockiert den Weg. Aber keine Sorge. Meine Leute werden sie hochziehen. Sucht die Zugspuren in der Wüste. Dann wisst ihr, dass ihr auf dem richtigen Weg seid. Bestätigt. Alles klar. Auch zum Skippen. Weißt du, ich dachte immer, ich sei der gutaussehende. Oh, großer Gott. Oje. Hahaha, Schwede. Warum läufst du so langsam? Schatzi. Warum läufst du so langsam? Warum läufst du so langsam? Okay, das soll jetzt keine Kritik sein. Aber ich bin etwas verwirrt. Hier gibt's nichts für uns zu tun, oder? Nein. 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 Ich mache Mittagspause. Natürlich bin ich noch da. Was hat euch davon abgehalten, den Hammer zu starben? Die üblichen Probleme von 200 überzeugten Patrioten, die 3000 Feiglinge besiegen wollen. Ihr hättet den Waffenstillstand annehmen können und damit viele Leben gerettet. Im Gurasnaianischen sagt man, besser gerechter Krieg als ungerechter Frieden. Wie viele Gurasnaianische Sprichwörter rechtfertigen eigentlich Krieg? Ah, die meisten. Haben wir denn jetzt überhaupt alles schon durch? Ah, ich kann nicht rausgucken. Okay, gehen wir raus. Kann ich jetzt auf die Karte gucken? Ah, okay. Also, dieser Paddock. Euer kennt Bertine eigentlich. Paddock diente wohl eine Zeit lang in der Chor. Der war bei der Chor? Wann? Weiß ich nicht. Sie wollten auch nicht wirklich drüber reden. Gut. Los, wir müssen an der Brücke vorbei und rüber zur Drehscheibe. Hm, so ist es. Und wie das weitergeht, das sehen wir dann in der nächsten Freitags-Rabbel. Malzeit. Malzeit. Tschüss.